Einen wunderschönen guten Morgen. Heute gibt es hier einen Deep Dive in die Nutzung von Fairride. Das Fairride Recording Studio ist natürlich gemeint. Die Software nimmt den Ton aller meiner Videos auf. Das geschieht über einen Shotgun-Mic, dort oben, das per XLR-Kabel an einem Audio-Interface hängt und dann per USB-C mit dem iPad verbunden wird. Aber ums Aufnehmen geht es heute gar nicht, sondern um den tatsächlichen Schnitt, der Audio-Dateien am iPad.